Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkey, ist das die Dachsanalyse für nun Dienstag, den 30.11.2021 und den letzten Handelstag im November, der, muss man ja schon sagen, eher negativen Eindruck, schwache Monatskerze zu stellen scheint, oder, also, kann mir nicht vorstellen, dass man dann zum Dienstag jetzt noch dolle viel dran ändern wird, das wird wohl so bleiben, aber die Bullen sind ein bisschen aufgezaucht. Da können wir unser Bild noch nehmen, was wir eigentlich am Donnerstag haben, habe ich es nicht umsonst gekauft, das Ding, kommen wir das hier noch mit einbinden, denn die Bullen sind ein bisschen aufgetaucht, da ist bestimmt dem einen oder anderen so richtig das Gesicht eingeschlafen, als er früh aufgewacht ist und gesehen hat, Kacke, weil in der Regel ist es so, dass viele so eine Bewegung einfach nicht dabei sind, das ist Standard, weil sie A, oben long gesucht haben, B, short run nicht reingekommen sind, oder C, schon viel zu früh, schon beendet haben mit ein paar Punkten und dann einfach die Strecke nicht dabei war und dann sitzen die dann abends da und denken sich, na, da kommt bestimmt noch ein Abwärtsgap und dann wird das schön vorm Abend, vorm Gap nochmal reingeladen und dann spuckt einem sowas natürlich ins Gesicht. Also, wir hatten gestern ein bisschen drüber gesprochen, dass alle Analysen irgendwie total negativ waren, dass alles Richtung 10.000, ich habe euch deswegen versucht, ein bisschen schon einzutrichtern, dass ihr euch eben für beide Seiten öffnet, dass ihr nicht zu engstirnisch da jetzt auf der Short-Seite runterballert und dann quasi ins Boxhorn guckt, wenn der nach oben hinläuft, so richtig gebracht hat es halt nichts. Weil, ich meine, wer da früh aufgeguckt hat und dann gesehen hat, 4,50, naja, was hast du da noch großartig anfangen können mit Handeln in die Anrichtung, das war Pustekuchen, da war das alles schon vorbei halt. Also, der ist ans untere Band ran geschlagen, hat sich eigentlich schön zwischen unserem Tagesband und unserer alten Abwärtstrendkante hier abgeackert, die alte Abwärtstrendkante, hätte ich zum Freitag, also meine persönliche Meinung, war das die schönste Zone überhaupt hier im Bereich um 2,70, da hätte ich mir schon sehr, sehr, sehr gut vorstellen können, dass er eben dort auch zum Freitag ja schon fertig macht und wieder nach oben anzieht. Das hat er zum Freitag nicht getan, hat jetzt aber den Bereich zum Montag ganz gut verteidigt. Das heißt, wir hatten gestern gesagt, dass er hier gegebenenfalls nochmal an die 200-Tage-Linie ran springt, das hat er getan, aber wir sehen auch, wir haben wieder einen Tagesschluss darunter bekommen, das ist nun schon der zweite Tagesschluss ohne der 200-Tage-Linie und das, obwohl er sich ja eigentlich eine Konterschance gestellt hat. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, Abwärtskipps sehr eindrucksvoll, ja, aber regulärer Handel, muss ich sagen, ist ein bisschen enttäuschend gewesen. Also, wenn man da auch angeguckt hat, was zum Beispiel Nasdaq da draus gemacht hat, das sieht schon fast wieder alles aus, wie wir das nächste Allzeithoch angreifen, aber wenn man da jetzt unseren DAX anguckt, ich meine, der hängt jetzt so etwa auf 50% der Tagesspanne, betrachtet man aber das Geld mit rein, ist das jetzt eher verhalten, was wir da sehen. Was natürlich zurückzuführen ist auf Verkäufe, die da jetzt nochmal eingesetzt haben und die jetzt nochmal aufgewirkt haben. So, und sollte der jetzt hier von der 200-Tage-Linie einfach nochmal neutral nach unten kriegen, das kann auch noch ein paar Tage dauern, ne, dass sich einfach noch ein bisschen rumschaut, wird es schon unterhalb noch ein bisschen das hier offenhalten, ne, also diese Verkeilungskante hier einfach, dass wir die noch ein bisschen mit drinnen lassen und sagen, okay, unser DAX, der hat jetzt hier aus dem Muster raus einfach hier unten noch ein Potenzial in die 14.700 reinzugehen, 14.800, 14.700 nochmal abzufrühstücken, ne. Das heißt, zum Dienstagvormittag könnte ich mir erstmal vorstellen, dass er nochmal versucht, ein bisschen unten so zu arbeiten, nochmal den Channel, äh, die Trendkante einfach nochmal probiert, ein bisschen auszuspielen, ne, ich meine, die hat jetzt wirklich einige Male schon richtig schön funktioniert, die hat ja auch hier oben im Erstkontakt schon super Eindruck hinterlassen, hat jetzt hier eigentlich auch einen guten Eindruck gemacht, fällt jetzt ein bisschen runter, hier so ein bisschen unterhalb von der 250, da liegt untergeordnet auch so noch eine 230, die ist recht wichtig, so im, im, im Freitagsbild einfach recht wichtig gewesen, ähm, also untergeordnet wird mir jetzt eine Zeiteinhalb tiefer gehen, ähm, sodass ich mir das gut vorstellen kann, dass wir zum Dienstag hier jetzt einfach nochmal drauf rumarbeiten, ähm, und dann wird's wichtig, wie sich der Dienstag dann verhält, ne, kriegt er zum Dienstag, Nachmittag auch nochmal weiteren Druck, kann das durchaus dann auch nochmal hier bis zum Kerzenkörper gehen, in die, also auf Gap-Close quasi, auf der Ebene, ne, ähm, hätte er hier unten dann noch ein Gap zu schließen, das wäre schon denkbar, wenn zum Nachmittag nochmal neue Tiefs kommen, kurzer Ausflug runter zur 15.1.15 und dann wieder zurück an die, an die Linienkant hier, das wäre ganz stimmig auf der Unterseite aus dem Tagesschart, ne, ähm, hier müsste man jetzt sagen, alles, was jetzt per Tagesschutz oberhalb von 15.480 passiert, ähm, würde unseren DAX ein bisschen entschärfen, ne, und ein bisschen den Druck nach unten rausnehmen, der jetzt zum Montag, muss man schon so sagen, nicht so wirklich abgebaut werden konnte. Also auch mit kräftigen Aufwärtsgap und mit deutlichen Motivation, das wieder auszugleichen, das fand ich ganz überzeugend, ne, also da bleibt ein bisschen Risiko im Chart, auch weil wir eben wieder diesen Tagesschluss an der 200-Tage-Linie hatten. Das finde ich, hm, das ist, da muss man schon ein bisschen aufpassen, ne, also weil das sind, also Tagesschlussabrechnungen, unter 200 Tacken ist immer so Warnsignal, da gibt es so viele institutionelle Anleger, die irgendwo ein Risiko-Setup drin haben, die irgendwo, ähm, selbst wenn sie gar nicht wollen, müssen sie dann reagieren, weil einfach das Setup, das Regelwerk, das vorgibt, dass ich beispielsweise Positionierung, ähm, gegen Jahresende von Titeln oder, äh, Indizes, die unter 200 Tacken, die notiere, zurückbaue, ausbaue, was da drüber ist und so weiter, um einfach diesen positiven Performance-Effekt fürs Jahresende noch zu behalten oder drin zu haben und deswegen ist, würde schon sagen, ist hier noch Risiko drinne und auch der zweite erneute Tagesschluss unter der 200-Tage-Linie kann hier jetzt eben dafür sorgen, dass wir zum Dienstag da nochmal ein bisschen anhalten und was zum Arbeiten bekommen halt, ne, also das, das sehe ich schon so. So, deswegen, wir gehen mal eine Zeiteinheit noch tiefer, ähm, mir ist plötzlich das große Bild hier zu sehen, weil es ist natürlich der eine oder andere jetzt total überrumpelt, wieder von dem Gap geworden ist, wie auch schon vor, vor, am vorherigen Tag, ähm, auch von dem Gap überrumpelt, wird jetzt wieder von dem Gap in die andere Richtung überrumpelt, man hat's auch bei uns im Chat gemerkt auf der Seite, das ist so gefühlt absolute Ruhe jetzt, ja, hat sich keiner irgendwie, wahrscheinlich haben es alle gesagt, alter Dax, komm, mach dein Ding, ich mach heute was anderes, ähm, da, also da hat man deutliche, äh, Distanz von vielen einfach wahrgenommen. Das ist aber auch nicht verkehrt, das ist in Ordnung, den da einfach ein bisschen zappeln zu lassen, bis man wieder besser, äh, in, in, in die Zange reingegriffen wird und bis er vor allen Dingen auch, äh, schöner, schöner in der Erwartungshaltung dann halt läuft, ne. So, wir gehen mal auf die zwei Stunden, schauen mal, was wir hier gemalt hatten. Hier hatten wir gemalt, dass von unten die 2,70, ne, super, äh, super Widerstand wird und eben hier der Bereich um 15,55 rum. Jetzt hätte man natürlich sagen können, gut, von oben, vom Gap wäre das auch eine super Unterstützung gewesen. Das Gap habe ich so aber nicht, äh, vorgeahnt oder vorgesehen. Ähm, ist aber, also die, die Marke wurde betrachtet vom Markt, wurde beachtet, nun eben von oben bedingt durch das Gap, nicht von unten, ähm, behält deswegen seine Wichtigkeit. Brauchen wir hier aber jetzt nicht mehr mit einem Pfeil nach unten zu kennzeichnen. Ne, oder doch, können wir mit einem Pfeil nach unten kennzeichnen. Wartet mal, wir können das zurück machen. Machen wir dann eben anders, machen wir dann als Triggerlinie. So, wartet mal. Machen wir dann so, dass wir sagen, also wenn er da jetzt noch drunter geht, dann dürfte er wahrscheinlich auch noch das Gap hier schließen. So, können wir das dann gestehen lassen. Und ansonsten sollte er weiter oben rausarbeiten, sich auch ein bisschen über der 200-Tage-Linie etablieren. Ähm, auch über dem Tageseröffnung vom Montag etablieren. Dann, ähm, ja, schon Platz auch bis in die 5,30 rein, bis in die 5,80 rein, wenn, wo der Freitag hier begonnen hat, ähm, das ist durchaus legitim. Wobei das wahrscheinlich schon schwieriger wird, über den Montag rauszukommen. Also dann, glaube ich, was da eher, dass er sich da drin arrangt. Ne, muss man mal gucken. Dann bin ich ein bisschen gespannt. Also, oben raus, das finde ich ein bisschen schwieriger zu greifen, ne. Ähm, aber ich würde schon sagen, also oberhalb von 4,8,50 hat er Platz. Noch bis in die 5,30, 5,80 rein und da drüber wird es so ein bisschen lockerer, bis ran an die 7,40 hier. Und das geht dann auch relativ schnell wahrscheinlich. Ja, und wie gesagt, wenn bricht er hier unten, dann in den Gap los. Hier unten, das bleibt weiter wichtig. Auch die 7,50 bleibt für mich attraktiv. Das ist nicht vom Tisch. Nur weil er jetzt nach oben gekeppt ist, das bleibt noch drin, das bleibt noch möglich. Ähm, auch dieses dynamische Hochdrehen haben wir jetzt am Montag nicht gesehen. Könnte aber von einem weiteren Tief trotzdem noch kommen. Also, da muss man dann wirklich auf der Hut dann bleiben, dass man das auch nicht vergisst, ne. Dass man das dann nicht in zwei Tagen vollkommen anders sieht. Äh, und sich ein bisschen dran entsinnt, was man sich ja vielleicht am Wochenende auch für die Woche vorgenommen hat und so weiter und so fort. Und von daher lassen wir das alles so. Lassen in zwei Stunden nehmen wir das hier so als kleinen Chort-Trigger mit. Verhalten da oben das so ein bisschen im Hinterkopf. Und von daher sind wir doch ganz gut aufgestellt. Auch wenn vielleicht das nächste Gap wieder kommt. Also, ich fand zumindestens der Montag, der war ganz greifbar. Ne, hat schön vom Aufwärtsgap weggetrieben. Das macht er auch oft an einem Montag. Hat die Zone schön angelaufen. 2,80, 2,50 hier. Das hat alles gut gepasst. Rückläufe haben auch gepasst. 3,80, 4,20. Genauso hätte man es ansagen müssen, wenn man untergeordnet irgendwo hätte, äh, den, den Werten sollen. Also von daher, das hat eigentlich gepasst, ne. So von der Bewegung innerlich, dass er gut ausgucken hat, was man zum Dienstag dran macht. Wie gesagt, ich würde noch ein weiteres Tief erwarten. Ähm, einfach auch aus der Situation des Tagesschusses unter der 200-Tag-Linie wegen. Ähm, und dann wird halt wichtig, was man zum Nachmittag, ne. Das ist so ein bisschen, sind die Amerikaner dann das Zünglein an der Waage. Schieben sie ihn dann weiter unten raus, dann schafft er den Gap los. Naja, und lassen sie es bloß bei einem schnellen Vormittagstief auf die 2,30. Und dann rakiert er nach oben. Naja, dann wird es wohl eine grüne Tageskarte. Ja, okay. Ich würde hier erst mal ausmachen. Drücke euch die Daumen. Wünsche euch viel Erfolg. Ähm, gucke schön auf die Zonen. Denke, die Marken sind klar. Denke auch, das Tagesbild ist klar. Behaltet mir die 200-Tag-Linie da ein bisschen im Blick, ne. Das ist ganz wichtig. Und, ähm, wie wir gestern schon gesagt haben, ne. Ball erst mal ein bisschen flach halten. Solange der hier nicht unten draußen ist, muss man hier keine Weltuntergangsszenarien an den Tisch malen. Ähm, bleibt dir ganz normal der DAX, wie man sonst auch immer handeln. Ähm, ein bisschen verstört, aber geil. Und von daher rechnen wir auch einfach damit, dass es erst mal so bleibt, wie er ist, ne. Ähm, so richtig im Bewegungsmuster ändern dürfte es sich wahrscheinlich erst, wenn er hier unten rausfällt. Und so lange würde ich jetzt hier mal noch nicht zu sehr ins Horn blasen und ihn erst mal seine, seine üblichen Spielchen hier machen lassen und die eben weiter auch begleiten. Gut, Freunde. Ich mache jetzt hier aus, wünsche euch viel Erfolg und einen schönen, erfolgreichen Dienstag. Bis morgen. Tschüss. 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 Vielen Dank.